PixelJunks Eine neue Reise, weiter geht's So, wir haben an dem Level aufgehört, um die ganzen Diamanten zu sammeln Machen wir hier mal weiter Und, uah Und wir müssen ja hier noch ein bisschen aufräumen Ja, Folge 6 mittlerweile Ich schieße schon wieder ein auf Fotos So Und Ja So, das, haben wir das schon mal erledigt Die Sternchen, sagen wir mal noch ein Zwei von vier, das heißt wir müssen noch irgendwo Mh Ah, den hätten wir auch da retten müssen Jetzt weiß ich nicht, wo krieg ich denn noch Wasser her? Krieg ich noch irgendwo Wasser her? Oder hat sich das jetzt erledigt hier? Äh Da unten ist doch irgendwie was zum Zum Aussammeln Äh Wo kriegen wir denn jetzt hier Wasser? Ah, hier Ja, aber reicht das? Wird das immer wieder gefüllt? Weil sonst stehen wir jetzt gleich hier auf dem Schlauch Und Öh Komm her So, müssen wir mal auffüllen Noch ein bisschen Das muss reichen Ja, der drängt sich erstmal wahr Da kommt wieder neues Wasser Alles klar Ja! Rund Und Hier von Guck mal, dass wir hier vielleicht mal noch ein bisschen mehr Wasser verbrauchen Von der Seite hier und dann Vielleicht Vielleicht doch abkühlt Aber das reicht noch nicht Lassen wir das Ding dann mal hier liegen Ah, fuck Den haben wir jetzt Aber drei von vier Diamanten Das ist gut Lassen wir das hier mal auffüllen Lassen die Lava mal rüber laufen Ein wenig Vielleicht hilft uns das ja irgendwie weiter So, was haben wir? Das nehmen wir mit auf Das ganze hier reicht, was wir hier machen Ja, doch Das scheint doch zu funktionieren Nur die Frage ist, wo ist der letzte Diamant? Nimm auf Vielleicht ist er ja hier drunter irgendwo Nee Okay Äh Ja Der Diamant scheint nicht mehr in der Nähe zu sein Das ist natürlich Nicht schön Den Wasser, den haben wir Na, gehen wir mal weiter So Nächster Level Vier von vier Hier haben wir alle Diamanten Quasi brauchen wir nur die Männchen einsammeln Mal so ein bisschen die Lava löschen So Den erledigen wir mal ganz schnell Dann kommen wir nämlich da oben hin Haben den auch So, dann schauen wir mal also Diebensternchen sammeln Lassen wir das Wasser auch mal runter Lassen wir das Wasser auch mal runter So, das reicht uns schon So So Den erledigen wir auch mal Und den Kumpel hier auch So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn... Uah, wo ist denn jetzt der letzte? Uah Da wurde ein Foto von uns geschossen Äh... Ach, hier rechts ist ja noch was, ne? Stimmt So, haben wir alle Wunderbar Weiter geht's Da haben wir die Kollegen schon aufgesammelt Die Sternchen nehmen wir noch ein Ich weiß immer noch nicht, wofür die Sternchen sind, die wir da einsammeln Naja Hauptsache, wir haben sie Und somit ab Nach Hause zur Hauptbasis Jawohl Und So, dann schauen wir mal 45 Episode 1 Bereich freigeschaltet Jawohl Sagen wir aber nochmal Kurz gucken Da haben wir 6 von 15 Da machen wir den Vulkan auch noch Ganz schnell mal eben untersuchen Zu gucken, ob wir nicht da Doch noch ein paar Diamanten finden Weil ich vermute mal, dass wir noch ein paar andere brauchen werden Auf die anderen Level Da ist zum Beispiel schon mal einer Uah Wir sollten uns ein wenig beeilen Weil die Lava strölt ein bisschen weiter Ja, der ist gestorben War klar Der ist auch gestorben Das ist nicht gut Den nehmen wir noch mit Ein paar Diamanten suchen wir aber jetzt noch hier, weil Ich bin nicht hergekommen, um nur 2 zu sammeln Natürlich nicht Da 3 von 3 Sehr schön, weiter geht's So Zwei Kameraden einsammeln Da ist wieder ein Geschoss Hier unter was heißt nichts Hier haben wir 2 von 3 Okay, erzählt die anderen doch mit Da habe ich also doch Quatsch erzählt In der Einfolge Ja, nein Oh, der ist aber ein bisschen hartnäckiger, der Kollege Krass Ja, wir kühlen ja schon ab Ist ja alles okay Alles okay Alles okay Da wird wahrscheinlich unter dem Wasser wird wahrscheinlich auch noch was sein Nein Da war ich zu voreilig Fuck Mist Ah, Mann Gut Gut Zweifel Also, ganz schnell wieder zurück Wir wissen ja was auf uns zukommt Nein sammeln Nein sammeln Boah Ich schnelle gerade gar nicht Okay, ja jetzt können wir hier lang Okay, da müssen wir da oben nochmal was runter schießen von, damit das Wasser auch noch mit runter kommt So Wunderbar Kann man nämlich hier ein bisschen untersuchen, ob hier vielleicht ein Diamant noch drunter liegt Den ich vielleicht nicht sehe Nein Anscheinend nicht Okay Vielleicht ist hier irgendwo noch jemand Den müssen wir... Uah, da müssen wir so einen einsammeln Aber da habe ich jetzt soweit nichts gesehen, also... Vielleicht bin ich auch ein bisschen blind Bin ich ja sowieso Orientierung gleich Weißbrotscheibe Aber die habe ich vorher schon gesehen So Auf geht's Zack Ab ins nächste Level Ach das Level Wo ich verzweifelt Den Dings gesucht... Ah nein Okay, wir müssen die Kameraden also doch... Doch aufsammeln Starte ich jetzt wieder von vorne? Nein Gott sei Dank Ich muss die retten So Boah Hätten wir, hätten wir, hätten wir Den haben wir auch Einen von drei haben wir hier nur gesammelt in diesem Level In diesem chaotischen... Ich vermute, dass hier irgendwo noch was drunter ist Hier in dieser Lava, in diesem Lava-Bereich Weil hier sehe ich nämlich jetzt nichts irgendwie großartig Ja, die Skladas die da spawnen jetzt, ist logisch Da schwimmt eins auf der Lava, ich sehe es links Ich glaube das ist ein Diamant, wenn ich das richtig sehe Ich hoffe das war einer Aber der ist anscheinend untergegangen Ne Ja, ich brauche ein bisschen Abkühlung Okay Gehen wir weiter Haben wir keinen gesammelt? Oh ja, gut Mein Gott, hm Wenn's so ist, dann ist es so Uah Habe ich natürlich jetzt ganz große Kacke gebaut Ja, ganz große Scheiße gebaut Da wollte ich jetzt einfach zu viel Zu schnell alles Da komme ich nicht lang So, den nehmen wir noch ganz fix und ganz schnell auf Mann Gehen wir mal weiter So Ah ja, ich würde aber sagen, also Diese Folge beenden wir an dieser Stelle Und spielen hier weiter Wie es hier weitergeht, sieht in der nächsten Folge Und dann sammeln wir noch ein paar Diamanten Hier ist es noch einer Oder ist es noch einer? Also macht's gut Bis dann, ciao Bis dann, ciao